Schau 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 Guten Morgen Minecraft-Wild Guten Morgen Dust, ein Wunderschön! Wuff wuff! Ich brauche mehr Haustiere. Stimmt das mit den Leinen? Die Leinen kommen erstmal hier oben wieder mit hin. Mal kurz Schrabbelabab entfernen. Ein Stack Dirt behalten, das ist immer praktisch. Dirt? Ein Flint? Ja stimmt, da war ja was. Sekunde. Mein Knochenmehl vor Ort geht zur Neige. Was stellen wir denn heute an? Wir ernten noch nichts. Ah, da hat jemand geerntet. So, so, so. Was ich vielleicht gebrauchen könnte wäre... Ein paar Steaks. Hm. Holen wir uns mal Steakfutter ran. Blü, 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 blü. Blü, blü, blü. Und einsetzen wir auch wieder aus. Oh, 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 oh. Sekunde, müsste ich nicht 64 mal Weizen haben? Ach, waren wohl noch ein paar noch nicht ganz reif. Egal. Für die Mut reicht's. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich würd's dir anders machen, wenn ich könnte. Wenn ich könnte. Der ganze Acker müsste so knallrot sein. Oh Mann. Aber hier, habt ihr wieder Liebe. Liebe, Liebe. Ganz viel Liebe für die Mokus. Ja, ganz viel Liebe, ganz viel Liebe. Alles Liebe für meine Mokus. Ich habe eine Idee, was wir heute mal anstellen. Ach, da hat jemand andere Schilder benutzt. Ist egal. Äh, hier habe ich das Leder hingetan. Genau. Wofür war denn das Tor? Egal. Tun wir hier mit hinein. Und das Fleisch kommt gleich in die Brennerei. Mal lecker Steg. Ach stimmt, ich habe ja gute Kartoffeln noch reingetan. Die guten Kartuschkas. Wir können hier mit rein. Ja, wir können hier mit rein. Ähm, papapapapa. Oh, komm, lassen wir es hinschienen. Hier und die Lim ein Steck davon mit. Man muss immer das Glas austauschen. Davon habe ich noch einen Ersatz, davon habe ich noch einen Ersatz, das ist okay. Ach, ich muss mir mal neue Ausrüstung machen. Heißt, das andere kann ich eigentlich auch wegdonnern. rein in die Lava. Brutzel, 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 brutzel. Oder wir machen einen aus Gold. So, einen davon. Ein Hösli. Ein paar Schüchen und noch einen Helm. Die gute Eisenlegging. Was ich gerne mal machen möchte ist, mich da mal noch ein bisschen umgucken. Weil da hatten wir was in der Ferne gesehen, was ich mir mal angucken möchte. Das kenne ich ja noch gar nicht. Ach, ist das schön. Ob man das eigentlich noch selber technisch einstellen kann, dass man weiter gucken kann. Ach, irgendwie ist das doof, dass man jetzt halt nur so eine begrenzte Sichtweite hat. Ich meine, wo ich das auf meinem PC hatte, da war das, da konnte ich richtig weit gucken. Oh, was ist denn hier? Eine Höhle. Zeit für ein Höhlenabenteuer. Höhlenabenteuer mit Kohle. Und mit ertrunkenen Zombies. Kohle lassen wir natürlich nicht liegen, die jute Kohle. Höhlenabenteuer. So. 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 Soll ich dir vielleicht den Sandstall mitnehmen? Oh. Eisen. Nice. Höhlenabenteuer. Höhlenabenteuer. Soll ich dir vielleicht den Sandstall mitnehmen? Nice. Höhlenabenteuer. 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 Ach, hier. Was man nicht alles übersieht durch den Schnee. das hier kohle ist irgendwie irgendwie komisch minecraft maker mapmaker kennt man ja alles die karte verführt mich die will dass ich hier weiter baue ich lasse es mal passt schon bei so eine schneehütte in der schneelandschaft hier arbeitet dann weihnachtsmann und co kg oder ist es da ist es da ist es das schiffswrack sieht cool aus ich hab uns das abzubauen komm ich jetzt da da kann ich rauf geil ein schusswrack cool das gab es früher noch nie in der alpha sehe ich sehe ich da eine kiste da will ich ran da will ich ran das ist ja eigentlich für holz dark oak lock emeralds eisennuggets emeraldos dankeschön spiel ich habe lust das dunkel eiche alles mitzunehmen schade dass man daraus keine seeds machen kann ehh hä lässt du dich mal langsam abbauen hihihi danke da oh hier geht es noch weiter uuuhh wow was ist das denn buried treasure map papers und feders nicht ertrinken hat haben wir denn hier schönes äh hä oh ne richtige karte mit x aua x ist da wie sind der punkt da das heißt wir haben nach unserem zuhause einen schatz ja mei auch piraten schatz vielleicht ist es der schatz von blackbeard oder von captain kid oder vielleicht gar der schatz von henry morgan doof dass es jetzt schon wieder dunkel wird mein das ist echt geil ich hoffe sowas gibt es öfters piraten schiff mit schatzkarte halt das muss irgendwo das muss irgendwo hier sein jetzt will ich es wissen muss ich allzu tief graben ich hoffe doch nicht okay alles nur sand meini müsste der eisblock jetzt schmelzen da ist irgendwo ein x das x markiert das ziel also ich nehme mal an das kreuz zeigt genau drauf also es muss genau hier sein habe ich da was 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 ich habe sandstein gefunden was ist jetzt los holy mit der axt kommt das nicht gut ich glaube das ist weggeschmolzen nicht sterben nicht sterben ich würde nicht ganz die gegend um bis ich es gefunden habe ich will den schatz von henry morgan oder captain blackbeard oder captain kitt oder den schatz des holländers doof dass das hier alles sand ist das fällt dann immer wieder alles nach unten weg ich brauche eine towerglocke man wo ist der schatz es muss doch hier sein wir sind doch genau auf dem punkt ein stück weiter hier weggt mich böse fischmenschen keine angst hinten fisch ich lasse ich nicht leiden das ist echt fies vergraben das ertrinken macht es auch nicht leichter eschen wir mal einen stich jebe doch nicht der dauert ja noch die ganze folge okay nein oh komm her das wollte ich herzen voll machen das ist vielleicht unter der erde ach man komm schon spiel hallo ich hätte jetzt gerne einen rückenauge ich hätte jetzt gerne einen rückenauge ach was da ist es 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 der schatz des holländers was ist das egal mitnehmen 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 was ist das prismarinen kristalle oee warte mal worauf kann ich verzichten auf den einen sandblock kann ich verzichten auf den fast kaputt arx kann ich verzichten auf die eine kiste kann ich verzichten oh der schatz des holländers was ist das denn rose of sea ha wir haben das herz der see heißt das das war die titanic das da war das die titanic ah geil nice 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 die bruchstelle da lasse ich mal schnell das zeug nach hause bringen und dann hole ich die anderen sachen da noch wieder zurück nice 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 das blendet überhaupt nicht wo habe ich meine schatzkiste hier das herz der see kommt die rein die packe ich mal daneben erst mal ein hofen eisenbargen nice 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 schwarz eiche packe ich mal hier hin das ist jungle prangl 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 brangl 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 brang Da muss ich mal gucken, was man damit machen kann. Ach ja, hier. Die Trap-Door. Ich habe ja Lust, noch das Schiff auseinanderzunehmen wegen dem. Das kommt da hin als Farbzeug. Das ist schon kocht. Okay. Eisen kommt da hin. Monster loop da hin. Wole hier hin. Halt. Das ist Rambus. Cool, ein zweiter. Ah, und die Schatzkarte. Nice, 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 nice. Sekunde. Ich brauche noch ein paar Äxte. Oh, ich kann mir noch mal eine neue Schaufel machen. Und noch eine Ersatzhacke. Äh, halt. Das muss da hin. Jetzt noch mal. Flickst die Waldfee. Oder soll ich das Schuss fragt lassen? Ich hätte gerne das Dunkeleichholz. Ich glaube, das Schuss fragt lasse ich. Ah, ich will trotzdem mal noch weiter gucken. Hopp, hopp, hopp. Ob mein Newton auch schon wieder weg ist? Mal gucken. Na, da ist es noch. Flup, flup, flup. Alles, was wir gedonnert haben. Wir erforschen neue Ländereien. Wie die Wikinger. Ich meine, aber hier so, da zum Beispiel, so eine Weihnachtshütte hinstellen, das hat doch was. Das hätte doch was, oder? Oder, 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 oder? Einfach mal am Dezember hier eine Hütte hinstellen. Oh, wir müssen zwar die Höhlen zukippen, aber... Das hat doch was, das hat doch was. Äh, Sekunde. Oh, cool. Ach, da ist sie. Willkommen auf YouTube. Ja dann, hallo YouTube. Oh, was haben wir... Oh, oh. Kohle. Genau, das meinte ich eigentlich. Ja, dass du hier nicht so einfach in den Schnell reinkommst, das weiß ich. Oh, Lehm. Oh, gleich mal mitnehmen. Bla, 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 bam, bam. Hallo Handy. Und der Wassergiftzwerke, wer ist es denn? Wobei, wenn ich nicht recht ansinne, bei Ariel gab es ja auch Kinder mehr, Jungfrauen. Nur wollten die keine Gehirne essen. Ich glaube, ich muss mich mal wieder an deinen Feldern beziehen. Jo, dafür sind sie ja da. Meine letzten Vorwerte sind nämlich in der Hölle verbrannt. Ah. Inklusive allem anderen. Okay. Ach, was habe ich denn da gefunden? Eine Ruine. Und noch mehr Leben. Oh, ich komme hier gar nicht mehr weg. Wir kommen nie wieder nach Hause. Was hast du denn mit dem ganzen Leben vor? Mit was denn? Na, mit dem Leben. Na, Leben ist selten. Das findest du ja nicht ja gerade an jeder Ecke. Außerdem macht man damit super Ziegelsteine. Mein allein für das Dach vom Lagerhaus musste ich dreimal losziehen, um Leben suchen. Ertrunkene Zombies. Das artelt hier wie bei Witcher auszunehmen. Und wenn man dann halt so ein Riesendach hat, der Zeug nimmt sich weg. Irgendwann hatte ich dann beschlossen, diese Balken da durchzuziehen, damit ich ein bisschen einsparen kann. Du guckst doch mal in die YouTube-Videos, oder etwa nicht? So, was haben wir hier drüben? Oh, ein Fischli. Ach, das ist bloß verrottetes Fleisch. Kann man damit eigentlich irgendwas anstellen? Eine Ruine! Ob es hier was zu holen gibt? Oh, noch eine Schatzkarte! Geil! Das ist ja Schatz-Orama! Und Weizen! Und komische Ungeheuer, die mir ins Gesicht gurgeln. Oder ins Ohr gurgeln, besser gesagt. Oh, nächste Schatzkarte! Uh, wo ist das denn? Wo bin ich denn? Das heißt... Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da ist ein Norn. Das heißt, ich muss nach da. Ne, das heißt, ich muss... Hä? Muss ich da lang? Dammit! Doch, ich bin richtig. Ach, was haben wir denn hier? Noch ein Dorf. Meißen! Oha, das sieht so anders aus. Ein Winter-Wunderdorf! Hallöchen! Bist du beim Bett? Bist du beim Bett? Und so? Oh ja, 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 sorry. Ich war gerade in meinen Salat vertieft. Ich merke schon, ich mache hier wieder Alleinunterhaltung. Ich mache hier wieder Alleinunterhaltung. wieder runter in die Müde gehen und gucken, wo ist meine Ausrüstung wieder zusammenbekommen. Was ist das denn für ein Ding? Egal, erst mal der Schatz, der Schatz, der Schatz ist das Wichtigste. Ah, auf der Insel da drüben. Ah, ha, 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 goldrichtig. Ich hoffe, ich muss nicht wieder unter Wasser buddeln, aber es sieht gut aus. Ah, da ist es schon. Nice! Noch ein Schatz des Holländers. Und noch ein Herbst der See. Okay. Oh, gucken wir mal, was die Dorfbewohner so haben. Ah, ist ja toll, noch ein Einwohner. Also noch ein Dorf, Dorf. Dorfi, Dorf. Creeper! Verschwinde! Der spaziert da durchs Dorf, der Creeper. Ups, jetzt hat er mich entdeckt. Geh weg! Und Schlag vier! Bäm! Nieder mit dem Creeper! Ach, ist das cool. So ein schönes Dorf. Oh, was ist das denn? Was muss denn schon... Blast Fronance! Okay. Oh, noch ein bisschen Eisen mit dem Smaragd. Das ist schön. Dann können wir bald mit dem Smaragd nach Handeln gehen. Oh, Brot. Schneebälle. Das können sie behalten. Was ist das denn? Oh, Hase! Ha, ha, ha! Der hat in die Nasen gekillt. Oh, bestimmt die Katze. Huh! Hallöchen! Ich wollte ihn nicht stören. Tschüss! Schneebälle mögen sie! Eisengolem. Jobbelt der Zimmer? Oh! Das ist das höchste, das ist das Chefhaus? Nee, ist es nicht. Wobei, es ist ein Iglo. Jo. Cool. Dorf mit Höhleneingang. Ah, da ist noch ein Haus. Äh, nochmal so ein Teil. Oh. Dankeschön. Alles Eisen, was ich bis jetzt ausgegeben habe, habe ich sofort wiederbekommen vom Spiel heute. Cool. Ich hoffe.